Guten Abend. Schön, dass Sie wieder zuhören wollen. Sie sind also auch ein Freund dieser schwarzen Richtung. Das Merkwürdige ist ja, dass man gar nicht gleich merkt, wo das Dunkel beginnt. Es ist wie bei dem gewissen schwarzen Fleck auf der weißen Weste. Der ist ja auch nur ein Punkt, eine Verzierung gewissermaßen. Es kann ja nicht alles hell sein. Dann gäbe es keine Kontraste. Was sollten die Maler machen, wenn es keine Kontraste gäbe? Oh ja, Bilder. Man muss sie ja nicht immer verstehen. Man kann sich einfach an ihnen freuen oder sie sammeln. Es gibt Leute, die Gemälde sammeln. Einfach so, wie Briefmarken. Andere wieder ergeben sich der Kunst mit Haut und... Ja, bei Haut fällt mir eine Geschichte ein. Sie begann in Paris... ... ... Musik Das nennt sich nur Frühling. In einigen Tagen haben wir April, aber der Wind bläst einem durchsämtliche Knopfleck. Es ist wie der Schnee in der Luft. Oh, verdammt, Marcel, die Drehtouren in den Restaurants sollten verboten werden. Und jedes Mal strebt der Geruch von gutem Essen raus, das sich an dem Magen umdreht. Ah, jetzt ein gebratenes Hähnchen aus, Trioli. Das wäre das Richtige. Schnauze. Warum gehen wir denn auch durch diese Straße? Viel zu vornehmend. Man muss es ja gut riechen. Hier gibt es keine ausgekochten Knochen hier. Schnauze, habe ich gesagt. Guck mal, Trioli, ein Juwelier. Es sieht jetzt aus, ein rusender Steine. Einer davon würde uns einen ganzen Monat lang satt machen. Und Wein könnten wir uns auch kaufen. Ja, ja, ja. Und da drüben gibt es seitene Hemden und im Geschäft daneben kostbare Bücher und antike Möbel. Wann willst du so schnell an allem vorbeidrehen, Uli? Anse, mach doch nicht hungrig. Ja, aber auch nicht satt. Oh, eine Gemäldegalerie. Diese Galerie hängt doch nur ein einziges Bild im Fenster. Nur ein Bild. Ja, ja, aber für Bilder habe ich schon immer was übrig gehabt. Schon immer. Komm weiter. Ja, ja, ja. Gehen wir. Aber, das Bild da eben... Komm doch noch mal zurück, Marcel. Das kommt mir so bekannt vor. Moment mal. Verrückter Art, zumal. Das soll wohl eine Landschaft mit Bäumen sein und vom Strom zerzaust. Zieh dich um. Das kannst du hier auch haben. Brauchst nicht auf das Bild zu starren. Du, Marcel, hier hängt ein kleines Schild. Ausstellung des Malers Chaim Soutine. 1894 bis 1943. Chaim Soutine. Verrücktes Bild. Ja. Ja, aber ich mag's. Chaim Soutine. Mein Gott, das ist ja... Das ist doch mein kleiner Karl Mück. Wer? Mein kleiner Karl Mück. Und sein Bild ist in der besten Kunsthandlung von Paris ausgestellt. Schade, dass er tot ist. Sonst hätten wir ihn anpumpen können. Mein Gott, wie lange ist das wohl her? Warte mal, das war vor... Vor 20 Jahren? Ach was, nein, da sind doch schon 30. Nein, vor 35 Jahren ist das her. Ja, dieser Soutine nannte ihn immer meinen kleinen Karl Mück. Na ja, der Kerl war hässlich, mürrisch und verschlossen, aber ich habe ihn geliebt. Na ja, ja, ich glaube, ich habe ihn geliebt, weil er malen konnte. Oh, wie der malt. War er damals schon bekannt, Rioli? Nein, 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 nein. Er wohnte in... Warte mal, in der... Ach ja, ich hab's in der Cité Faguerre. Ja, ich seh noch die Straße vor mir. Die lange Reihe der Mülleimer, der widerliche Gestank, die braunen Katzen, die im Unrat herumstöberten und die schwitzenden dicken Frauen auf den Haustürtreppen. Feine Gegend, schand das gewesen zu sein. In Soutines Atelier stand nur ein einziger Stuhl und eine schäbige rote Couch. Ja, Saufgelage hat mir da gefeiert. Oh, du, davon machst du dir keine Vorstellung. Ja, oh, es war wundervoll. Oh, Marcel, jetzt erinnere ich mich noch genauer an alles. Weißt du, einmal haben wir etwas ganz Verrücktes angestellt. Damals war Josie noch da. Deine Frau? Ja, ja, Josie war meine Frau. Oh, sie war schön, das kannst du mir glauben. Er hat ein schönes Gesicht. Oh, wow, sonst... Da war schon was zum Anfassen da. Josie musste meinem kleinen Kallen Mück immer Modell stehen. Er war ganz verrückt nach ihr, verstehst du? Ich erinnere mich, einmal hatte ich viel Geld verdient und dafür eine Menge Wein gekauft. Ganz nahm voller Flaschen kam ich in sein Atelier. Josie stand ihm gerade wieder mal Modell. Bonsoir, bonsoir, heute wird gefeiert. Spann mal die Augen auf und guckt, was euer Trioli hier alles hat. Hallo. Was gibt's denn zu feiern? Hast du dich etwa entschlossen, die Scheidung einzureichen, damit deine Frau mich heiraten kann? Nein. Wir feiern, weil ich heute viel Geld verdient habe. Und ich habe nichts verdient. Das können wir auch feiern. Du willst zu Tine. Hauptsache ist doch, es wird gefeiert. Was? Das ist doch ganz allerlei. Schön, besaufen wir uns. Neun Kunden habe ich heute gehabt. Neun Stück an einem Tag. Deine Augen sind geschwollen, Trioli. Ja, ja, für die Augen ist das eine harte Tortur. Aber neun verrückte, betrunkene Soldaten habe ich heute tätowiert. Ich weiß, das ist Gift für die Augen. Aber sieben von ihnen haben bar bezahlt. Jetzt sind wir reich. Klotzig reich. Komm, schlag doch der Flasche den Kopf ab. Und dabei soll man nun arbeiten. Und leg den Pinsel hin und zeig mal her, was du geschafft hast. Nein, nein, bitte nicht. Och, los. Nein, nein. Oh, mir gefällt es. Es ist scheußlich. Nein, es ist wunderbar. Alles, was du malst, ist wunderbar. Ich liebe deine Bilder. Schlimm ist nur, dass sie mich nicht ernähren. Ich kann sie nicht essen. Ja, aber sie sind trotzdem wunderbar. Trink. Das wird dich glücklich machen. Der ist gut. Ja. Komm. Noch ein Glas. Beim Trinken haben wir uns ja auch noch kennengelernt. Weißt du das genau? Das war in dem kleinen Café an der Ecke. Da hast du so Muttersehen allein am Tisch gesessen und getrunken. Dein breitflächiges Gesicht erinnerte mich an die Leute bei uns zu Hause. Und da habe ich dich einfach gefragt, ob du Russe bist. Und da sagtest du aus Minsk. Und du sagtest, du bist aus Milovicci. Da bin ich als Kind oft gewesen. Da habe ich gesagt, dass du gar nicht aussiehst wie ein Westrusse, sondern eher wie ein Tartar. Oder ein Kalmöck. Oh komm, trink mein kleiner Kalmöck. Och, ich trinke gleich aus der Flasche. Wenn wir schon feiern, dann auch gleich Abend. Heute Abend, da werden wir trinken, so viel wir nur können. Boah, ich bin ja so ungeheulerei. Oh, oh. Ist das nicht wunderbar. So viel Wein, was? Wir stellen die Flaschen alle vor uns auf den Fußbärm. So. Ach, nur die ganz Reichen, die können es sich leisten, so zu feiern. So ist es nicht wahr, Chosie? Da hast du recht. Wie fühlst du dich, Chosie? Gut. Willst du Drei-Uli verlassen und mich heiraten? Nein. Oh. Ein herrlicher Wein. Ein Wein für reiche Leute. Hör mir zu, mein kleiner Kalmöck. Was? Ich habe eine großartige Idee. Hörst du zu? Ich höre Chosie zu. Nein, mir sollst du zuhören. Du bist mein Freund, mein kleiner Kalmöck aus Minsk. Und ich halte dich für einen Künstler. Für einen so großen Künstler, dass ich dich um ein Bild bitten möchte. Ja. Um ein schönes Bild. Och, nimm sie alle. Nimm dir, was du willst. Aber störe mich nicht, wenn ich mit deiner Frau spreche. Nein, nein, nein. Hör doch mal zu. Ich meine, ein Bild, das ich immer bei mir haben kann. Immer, wohin ich auch gehe und was auch geschieht. Dann ein Bild, das du nur für mich gemalt hast. Och, nur hör doch mal zu. Hör ihm schon zu. Hör ihm schon zu tun. Pass mal auf, es ist so. Ich möchte, dass du mir ein Bild auf die Haut malst. Auf den Rücken. Und dann sollst du es eintätowieren, damit es immer da bleibt. Du bist verrückt. Ich kann es doch nicht machen. Ich zeige dir, wie man mit dem Tätowierapparat umgeht. Das ist ganz einfach. Jedes Kind kann das lernen. Vorigen Monat habe ich einem Mann den ganzen Bauch mit einem Blumenmuster überzogen. Künstlerisch, sage ich dir. Künstlerisch.